Du hast dich auf meinen Aufruf gemeldet, das freut mich auch sehr und es geht um das Thema Alleinsein versus Einsamkeit und mein Ausgangspunkt ist, dass es ja gesellschaftlich irgendwie negativ konnotiert ist. Warum lebt jemand alleine? Es ist ein Zustand, den es zu überwinden gilt, davon zeugen die ganzen Dating-Seiten und Suchen und ich würde es gerne mal von der anderen Seite angehen. Was sind die Vorteile davon, allein zu sein? Welche Fähigkeiten gibt es uns? Ist es nicht generell eine Fähigkeit, die wir Menschen beherrschen sollten, allein zu sein? Irgendwie hatte das sofort bei mir eine gewisse Resonanz, das Thema, weil es mich eigentlich auch schon und Zeit meines Lebens so ein bisschen begleitet und tatsächlich so ein Phänomen ist genau das, was du auch gerade angesprochen hast, nämlich im Grunde genommen, man kommt in so Situationen, also zum Beispiel ich fahre manchmal zu Open-Air-Veranstaltungen oder so hin und zählt da und dann kommt jemand vorbei und sagt, ach ja Mensch, bist du hier ganz allein? Als wäre das immer so irgendwie was Besonderes. Und ich sage immer, ja natürlich, also mache ich auch immer so. Und dann gucke ich einen immer schon ein bisschen an, als wäre man ein bisschen merkwürdig und schräg. Ich hatte das auch immer schon auf Klassenfahrten oder ähnlichen Gruppenevents, dass ich immer nach kurzer Zeit einfach sehr angenervt war einfach von der ganzen Situation und dann einfach dachte, ach, ich mache hier einfach so mein Ding, ich setze mich einfach mal so ein bisschen allein in den Wald. Und das finden die Leute immer sehr merkwürdig oder fast pathologisch. Du hast auch gerade das Thema Online-Dating angesprochen. Es gibt ja im Bereich Online-Dating gibt es ja immer diesen Typen-Fragebogen, Myers-Briggs und so, was du vielleicht auch kennst, die 15 Personality-Typen. Und da gibt es so ein Item in dem Fragebogen, was so fragt, wenn du in einer Gruppe von Menschen warst, fühlst du dich danach eher ausgezehrt oder aufgeladen? Und viele Jahre meines Lebens hätte ich geantwortet, ausgezehrt. Also, weil ich es immer sehr anstrengend fand, irgendwie in Gruppen zu gehen. Ich habe das bei mir biografisch ein bisschen untersucht. Das hat bestimmte Gründe, die, glaube ich, auch in meiner Kindheit liegen. Inzwischen geht es mir nicht mehr so. Also, es zehrt mich eigentlich nicht mehr aus, in Gruppen zu gehen. Ich finde es einfach nur neutral. Also, es gibt mir halt auch nichts. Also, zum Beispiel auch ein typisches Ding. Ich bin ja Wissenschaftler, ist ein Social nach einer Konferenz. Da gehe ich natürlich auch hin, unterhalte mich so ein bisschen. Aber dann nach, sagen wir mal, einer halben Stunde oder Stunde sage ich mir auch, ach, wie schön wäre es jetzt eigentlich mal, sich nett noch ein bisschen alleine die Stadt anzugucken oder noch da ein bisschen irgendwie abends unter den Baum zu setzen und eine zu rauchen oder so. Also, sehr vieles erscheint mir häufig erstrebenswert, als mit Menschen zusammen zu sein. Zumindest, wenn es nur so ein oberflächliches Smalltalk oder sowas ist. Das heißt ja jetzt nicht, dass ich irgendwie grundsätzlich nicht gerne in Gesellschaft anderer Menschen bin. Ich bin sogar, das wäre dann der Punkt mit dem zweiten Thema Einsamkeit, ich fühle mich sogar öfters in meinem Leben einsam. So ist es nicht. Aber man kann sich ja auch, ich glaube, es gibt auch so ein Sprichwort oder so, man kann sich ja auch unter Menschen sehr gut einsam fühlen. Vielleicht ist es auch so ein bisschen so eine Gesellschaftskritik da drin, dass ich einfach sage, oftmals ist die Gesellschaft anderer Menschen nichts, was irgendwie was gegen Einsamkeit tut, sondern die sind halt so da, haben halt auch ihre Ansprüche, ihre Wünsche und so. Und das kann ich auch, wie gesagt, heute finde ich das alles auch okay und in Ordnung. Aber im Grunde gibt es mir nichts. Also ich würde nicht einfach sozusagen, um nicht allein zu sein, das sagen ja manche Leute, also um nicht allein zu sein, habe ich mal irgendwie meine oberflächliche Bekanntschaft eingeladen, mit mir ins Kino zu gehen oder sowas. Das fiele mir nicht ein. Ja, also weil sozusagen, das reicht, also das verbessert für mich nichts an der Stelle. Sondern natürlich würde ich mich freuen mit einer Person, die mir sehr nahe steht oder für die ich irgendwas empfinde, ins Kino zu gehen. Aber ich würde jetzt nicht, um nicht einsam zu sein, irgendeine gesellschaftliche Handlung vollziehen. Das ist für mich ein sehr absurder Gedanke. Ja, für mich geht das auch in so eine Richtung so, ja, das wäre toll, wenn jemand da wäre, also im Sinne von einer idealen Person, die es vielleicht gar nicht gibt, so imaginary friend, aber halt nicht irgendeine, irgendein wahlloser Mensch macht nicht, dass ich mich besser fühle, im Gegenteil. Und wenn man so oft was alleine gemacht hat, dann kommt einem das ja auch gar nicht seltsam vor. Warum sollte ich das jetzt nicht tun, nur weil ich es alleine machen muss? Genau, und ich finde, da gibt es auch gar keinen Zusammenhang mit Einsamkeit. Also gerade bei dieser Sache, die wir jetzt haben, also dieses, dass man vermeintlich bestimmte, sagen wir mal, gesellschaftliche Aktivitäten nicht alleine machen sollte. Das ist wie so eine Norm oder eine Vorschrift oder so etwas. Das hat für mich auch überhaupt nichts, wie gesagt, mit Einsamkeit zu tun, weil Einsamkeit ist, glaube ich, einfach das Gefühl, dass man doch gerne, und ich glaube, das ist auch natürlich und für jeden Menschen so, einfach im Austausch ist mit anderen. Irgendwie auf einer Gefühlsebene, auf einer kognitiven Ebene, über was Interessantes sich unterhalten, was weiß ich, miteinander teilen, Gespräche, Sexualität, whatever, aber eben teilen und nur die simple Co-Präsenz einer anderen Person im gleichen Raum bringt das ja gar nicht mit sich. Genau, also Klassenfahrt fand ich teilweise wie Knast. Also das ist sozusagen das Gefühl, man muss sich jetzt eigentlich immer irgendjemandem aussetzen, sozusagen, ohne dass man das sich selber ausgesucht hat. Das ist ja ganz schlimm. Und es geht mir auch heute noch so mit so Dingen wie so Pauschalreisen, da ist das ja im Grunde auch so, also dass man sozusagen auch so eine Bustour macht durch Indien oder so, gibt es ja so, kann man ja so buchen, habe ich gehört. Das ist, als würde ich für Geld ins Gefängnis gehen. Diese Kindheit hast du angesprochen, also da gibt es so eine ganz berühmte Episode, an die ich mich sehr gut bis heute erinnern kann, wo, glaube ich, das mal so einen Klick in meinem Gehirn machte und wo, glaube ich, auch meine Eltern verstanden haben, er ist da so ein bisschen anders drauf. Ich erinnere mich, also wir waren irgendwie, keine Ahnung, auf dem Spaziergang, es war irgendwie im Wald oder so und ich habe einen kleinen Bruder und wir haben uns halt gestritten und dann, wie das so ist, wenn Kinder dann so ein bisschen nerven, sagen die Eltern so, ihr feilt euch jetzt ruhig oder wir lassen euch hier alleine im Wald. So, als sozusagen leere Drogen, die angeblich bei Kindern funktioniert. Und ich habe dann gesagt, ja, dann lasst mich doch alleine im Wald. Und dann haben sie gesagt, ja, wir lassen dich jetzt aber wirklich alleine hier im Wald. Ich sage, ja, bitte, dann lasst ihr mich jetzt hier halt alleine im Wald. Also ich muss wohl so was wie fünf Jahre, würde ich schätzen, oder sechs, sieben, so in dem Alter. Also schon in der Lage, so ein bisschen autonom zu argumentieren, aber schon noch ziemlich jung. Und sie haben dann einfach sozusagen das Spiel ein bisschen weitergespielt, mich da so zurückgelassen, sind weitergegangen, um die nächste Ecke und dann habe ich gedacht, ha, 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 jetzt könnt ihr mich mal. Und dann bin ich sozusagen in den Wald gegangen, also tatsächlich auch vom Weg weg in den Wald, mit dem Ergebnis, dass sie mich stundenlang gesucht haben und ich einen lustigen Waldspazierer gemacht habe. Und ich hatte auch immer schon ziemlich gute Orientierung, auch allein in der Natur. Und ich bin dann einfach sozusagen so in den Bogen gelaufen und dann zu dem Auto meiner Eltern gegangen und habe sie dort erwartet, so ein bisschen wie bei Hase und Igel. Und also das ist sehr einprägsam, weil das für mich auch so ein innerer Sieg war, muss ich sagen, für meine eigene Autonomie damals schon. Und die Geschichte haben sie umgekehrt und auch immer gerne wieder erzählt, um zu erklären, wie krass autonom ich schon als Kind war. Aber das trifft es eigentlich ganz gut. Also es war für mich in keinster Weise, auch als kleines Kind irgendwie eine Bedrohung, alleine zu sein oder im Wald oder in der Natur. Warum? Also habe ich auch nie verstanden, weil alles, das ist vielleicht ein bisschen eine philosophische Ebene, aber alles, was bedrohlich ist, ist eh immer der Mensch, meiner Meinung nach, ist nie in der Natur. Da kann ich auch nur zustimmen. Und dein Erlebnis gefällt mir sehr gut, auch sehr schön geschildert. Die eigentliche Bestrafung ist eine Befreiung oder wird als Challenge wahrgenommen. Ja, ich hatte mal die Theorie, oder aktuell ist eine meiner Theorien, dass es bei Menschen, so wie bei verschiedenen Tierformen, eben auch so Einzelgänger oder Rudeltiere gibt. Also es gibt ja auch bei den Tieren unterschiedliche Formen. Es gibt ja eine Herde, ist ja was anderes als ein Rudel. Und dann gibt es noch so Kleingrüppchen und eben Einzelgänger, so wie Katzen zum Beispiel. Aber das wären ja ganze Spezies. Und wir sind ja, als Menschen sind wir ja, glaube ich, schon sehr sozial. Umgekehrt würde ich vielleicht auch sagen, also klar, man idealisiert dann auch immer ein bisschen das, was man halt selber tut. Aber ich würde halt auch sagen, es ist vielleicht auch so ein bisschen, könnte auch was mit Bewusstheit zu tun haben, bilde ich mir zumindest ein. Ich halte mich für einen relativ empathischen Menschen. Und wenn ich das vorhin so beschrieben habe, dass sehr lange Zeit in meinem Leben mich die Präsent anderer Leute angestrengt hat, dann fühle ich es darauf zurück. Einfach, dass ich deren Gefühlswelt und deren Gestimmtheit sehr stark empfunden habe und mich davon auch gar nicht selber so distanzieren konnte. Und räumliche Distanz hilft dann halt ganz automatisch. Also das ist auch so ein bisschen so ein Selbstschutz vielleicht gewesen für jemanden, der wie ich zumindest in meiner Kindheit relativ sensibel auf andere Leute Emotionen reagiert hat. Sozusagen auch, ja, man ja, also viele Menschen finden es zum Beispiel schwierig, miteinander an einem Ort zu sein, ohne da jetzt unbedingt gleich zu kommunizieren oder interagieren zu müssen. Das ist super interessant, weil das hast du ja teilweise in Clubs. Genau, Clubs oder Nachtleben sind ja eine Situation, wo man in einer Menge sein kann, aber für sich. Also durch die Musik erübrigt es sich ja etwas zu sagen. Ich habe dann immer auch für mich gedacht, darum gehe ich wahrscheinlich gerne in Clubs. Ich finde es einfach auch ganz angenehm, sich zu begegnen, ohne dass es immer gleich über den Modus Sprache sein muss. Also ich finde das eigentlich total positiv, sich zu begegnen als Menschen, ohne zu reden. Ich glaube halt für ganz viele Leute ist Reden einfach oder sprachliche Kommunikation einfach eine Maske. Und da werden halt ganz viele Dinge aufgefahren, wie man angeblich ist, wie man sich angeblich gerade fühlt. Und oft sagt mein Herz, das stimmt gar nicht, was diese Person mir da gerade erzählt, oder ich fühle es. Und dann hat man diese Schizophrenie sozusagen vor sich und weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll. Um jetzt wieder auf dieses Alleinsein zurückzukommen. Also ich glaube auch ein Motiv, warum ich das manchmal ganz gut finde, ist damit einfach überhaupt das Gelaber eigentlich aufhört sozusagen. Ich habe jetzt die Einöde gewählt und Berlin war tatsächlich, wie du schon sagtest, energetisch irgendwann für mich too much. Also einfach zu viele Leute, zu viel ständiger Input. Ich war ja gerade praktisch zwei Wochen mit dem Fahrrad durch Frankreich gefahren. Ich habe immer in der Hängematte geschlafen und habe mich da auch extrem wohl beigefühlt. Ich glaube, dass das Tolle daran ist, es ist eigentlich so, man lebt, glaube ich, im Grunde, also wenn man es idealistisch sagt, wie ein Tier, in dem Sinne, dass man sich nie mehr fragt, was sollte ich jetzt tun? Das ist eigentlich das Spannende daran, an diesem Nomadischen. Also weil man ja immer mindestens zu tun hat, dass man jetzt zum nächsten Ort kommt. Also es gibt nie einen Moment, wo man sich vergewissert oder irgendwie eine Wahl hätte. Dann ist klar, also jetzt muss ich dahin, jetzt muss ich mir was zum Schlafen besorgen, jetzt muss ich mir was zum Essen besorgen, jetzt muss ich aufpassen, wenn es mir nicht kalt wird und so weiter und so fort. Und so kommt eins zum anderen und da wird die Zeit dann ganz automatisch extrem kurzweilig und stretcht sich halt so die Länge. Und plötzlich kommt es einem wie Monate vor und also ich zumindest habe mich extrem erfüllt gefüllt, glaube ich, wie lange nicht in meinem Leben. Und wie geht es dir mit dem Gefühl der Einsamkeit, also wenn das auftaucht, im negativen Sinne, was tust du, um es zu überwinden? Ich habe mich auf dieser Reise in diesen zwei Wochen keinen einzigen Moment einsam gefühlt. Keinen einzigen. Also ich habe niemals das Bedürfnis gehabt, dass irgendjemand bei mir sein sollte. Also ich hatte auch überhaupt keine erotischen Anwandlungen oder irgendwas. Es war völlig okay alles. Also wirklich auch völlig erfüllt und flow, wie man so sagt. Und sobald ich wieder hier war und in meinem Schlafzimmer geschlafen habe, habe ich mich einsam gefühlt. Das ist ganz merkwürdig. Also ich kann es gar nicht so ganz erklären, aber es ist so ein bisschen, als würde das Sesshafte auch irgendwie auch die Erfordernisse der Partnerschaft mit sich bringen. Klingt ein bisschen komisch, aber so ist es ja auch. Also man sagt ja, anthropologisch glaube ich, dass sozusagen die Paarbeziehung hat ja angefangen, als wir vom Nomadentum sozusagen angefangen haben, uns sozusagen diese Bauernhöfe sozusagen anzulegen als Menschheit. Also ich glaube auch, jetzt komme ich nochmal zu so ein bisschen analytischeren Antworten auf deine Frage mit der Einsamkeit. Also na klar, wir sind halt soziale Wesen, wir sind halt irgendwie doch wo noch wo ab. Ja, da braucht der Nummer nicht raus. Und selbstverständlich, und darum zweife ich auch an diesen Total-Iremiten, dass sie glücklich sind, die du suchst. Also vielleicht revidiere ich das auch nochmal wieder, aber ich glaube, ich könnte sehr gut ohne eine Partnerschaft doch auskommen, aber nicht ohne diverse Dinge, die andere Menschen so bieten, die auch im Wesen des Menschen liegen. Also ich versuche mal eine Liste. Also das eine ist sozusagen überhaupt, man verrennt sich allein in Sachen, man braucht jemanden, der einem Kontra gibt. Also bei Gedanken, die man fasst oder Projekten, die man macht, das ist super nützlich und wichtig. Man möchte sich auch kümmern, da bin ich bei dem Hund so ein bisschen auch. Also das gehört, glaube ich, auch zum Menschen, das ist auch nicht gegendert, auch Männer wollen sich kümmern und so. Ich glaube schon auch Kuscheln, Körperkontakt, Sexualität, klar, braucht man. Ich glaube, das fehlt einem was auf Dauer, sonst ist wahrscheinlich hormonell, biologisch so angelegt. und ich glaube auch so ein bisschen überhaupt auch, wie soll ich sagen, auf andere Stimmungen kommen, so banal es klingt. Also einfach durch die Begegnung mit dem Anders, der anders gestimmt ist gerade, das hilft mir einfach nochmal, mich selber gewahr zu werden, wie bin ich denn da drauf und also es gibt viele Sachen, glaube ich, die sind für eine ausgeglichene, entspannte, gebalancete Stimmung im Leben einfach wichtig an anderen Menschen. Also ich glaube, ohne die geht es nicht. Absolut.